Küchenhelfer sind natürlich auf der internationalen Funkausstellung in Berlin ein wichtiges Thema und wir sind bei einem der wichtigsten Hersteller bei der Firma Unhold, denn die sind die Experten genau diesem Bereich. Also quasi alles das, was auf die Küchenplatte kommt, beziehungsweise auf die Küchenplatte und in die Steckdose. Und man sieht bei der Firma Unhold Innovationen wie Toaster, Eismaschinen, Nudelmaschinen, Eske-Zauberstab, Pancake-Maker, Ventilator. Und zwei dieser Highlights schauen wir uns jetzt genau an. Dafür haben wir die Frau Blum hier. Frau Blum, Sie zeigen uns jetzt ein Evergreen von der Firma Unhold, nämlich den Zauberstab. Ganz genau. Da ist er und er hat sich in den letzten wie vielen Jahrzehnten, Frau Unhold? Über sechs Jahrzehnte. Über sechs Jahrzehnte nicht verändert. Also quasi eine Innovation, die sich gehalten hat und die aus keiner Küche fast weltweit wegzudenken ist. Dann ein Produkt, mit dem man fast alles machen kann, Frau Blum. Mixen, pürieren, passieren, sogar Teige rühren, sogar Teig für Pancakes. Und der ist ganz leise, weil Sie hören eigentlich nichts. Absolut. Absolut. Wahrscheinlich hört man hier auch nichts, denn der Messerummel ist deutlich lauter. Sie haben eben noch eine andere Innovation erwähnt, nämlich den Pancake Maker. Denn der schafft es, habe ich eben gehört, innerhalb von einer Minute zwei Pancakes zu machen. Genau, amerikanische Pancakes. Richtige Größe. Einfetten, gar nichts. Zwei Löffel Teig rein, Klappe zu und ruckzuck habe ich Pancakes für die ganze Familie. Süß oder herzhaft, wie ich es will. Ja, natürlich auch ein ausgezeichnetes Produkt des Plusix Awards, so wie sich das gehört. Und daneben auch die nächste Innovation, eine richtig tolle Innovation, nämlich ein Pasta-Maker. Ganz genau. Da haben Sie in zehn Minuten Nudeln. Sie geben Ihren Grieß oder Ihr Mehl oder Ihr glutenfreies Mehl rein, Eier, Wasser dazu, Knöpfchen drücken auf Automatikprogramm und die Maschine knetet den Teig vier Minuten, formt es aus, fertig ist es. Und meterlange Nudeln, wenn Sie wollen. Und wichtig ist ja, dass diese ganzen Küchenhelfer auch nicht super groß sind, dass sie nicht die komplette Küche zuzusetzen, dass sie leise sind und vor allen Dingen natürlich, dass sie gut designt sind. Ja, und wenn Sie sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum zeigen wir Ihnen nicht den Rest? Natürlich tun wir das. Wir werden Ihnen noch andere Innovationen der Marke Unall zeigen. Also bis dahin.